Eine Frage bekomme ich von euch ganz besonders häufig gestellt und zwar, wie kann ich eigentlich legal hacken üben? Das heißt, wie kann ich besser werden darin? Denn immerhin, die Skills, die brauche ich doch im Beruf später. Aber wo kann ich eigentlich was üben? Und da kommen wir zu dem heutigen und hoffentlich den baldigen Videos. Und hier kommen wir auch schon zum Kooperationspartner für dieses und die vielen weiteren Videos, die hier noch kommen können. Ihr seht nämlich schon, ich habe einen Hack-the-Box-Pullover an und ja, wir sind jetzt offiziell eine Partnerschaft eingegangen. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist das für eine Partnerschaft? Was ist eigentlich Hack-the-Box und was genau kann man dort machen, um seine Hacking-Fähigkeiten zu verbessern? Nun zuallererst, was ist eigentlich Hack-the-Box? Hack-the-Box ist eine Webseite, die euch anbietet oder besser gesagt ein Diensteanbieter, der euch anbietet, eben CTF-Challenges zu lösen. CTF-Challenges bedeutet, ihr habt im Endeffekt irgendwo im Internet eine virtuelle Maschine, eine Hacking-Box sozusagen, die man eben angreifen kann. Das heißt, da ist wirklich eine Schwachstelle drauf. Ihr könnt auf diese Maschine draufkommen und könnt diese Maschine dann auch übernehmen. Und ja, ihr habt zwei Parts von Challenges sozusagen. Das heißt, erstmal müsst ihr auf die Maschine draufkommen, das ist die normale Challenge in Anführungszeichen. Und dann habt ihr auch noch die Root-Challenge, das heißt, wie ihr dann eben Administratorrechte dort bekommt. Und Hack-the-Box bietet einige dieser Challenges an, aber auch noch ein paar andere Sachen könnt ihr euch dann gerne auch angucken. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist das für eine Partnerschaft, die wir dort eingegangen sind? Nun, im Endeffekt muss man dazu sagen, auch wenn es hier anders steht, YouTube unten liefert euch da Informationen zu, aber ich bin nicht bezahlt oder so direkt von Hack-the-Box, sondern ich möchte euch natürlich diese CTF-Challenges vorstellen in Kooperation mit Hack-the-Box. Das heißt, ich möchte euch nicht spoilern, ich möchte euch nicht die aktiven Challenges sozusagen vermiesen. Das darf man gar nicht nach den Richtlinien von Hack-the-Box. Und es wird auch wirklich sehr, sehr konsequent weggestrikt, also sowohl auf YouTube als auch live, als auch per Textform. Das wird alles entfernt, weil die aktiven Challenges, die aktiven CTF-Challenges, die möchte man natürlich lösen, ohne auf eine Lösung zu stoßen. Und teilweise ist es wirklich verlockend, sich eine Lösung anzugucken, weil die Dinger wirklich teilweise frustrierend sein können. Aber darum geht es ja, dass man auch eben hier eine Frustrationstoleranz aufbaut und immer besser wird. Dass man sich vielleicht einzelne Teile ergoogeln kann und dann diese Box vielleicht auch lösen kann. Aber eben nicht so, dass man wirklich die Lösung eins zu eins hingeklatscht bekommt. Dafür bin ich da. Das heißt, ich klatsche euch quasi Lösungen hin. Und zwar für vergangene Challenges, also die, die nicht mehr aktiv sind. Das heißt, ich spoilere niemanden, der aktive Challenges macht. Aber ich habe eben Zugriff auf alte Challenges. Und ja, ihr könnt den Zugriff auch bekommen. Das Ding nennt sich VIP. Das machen wir dann nachher noch in der Verlosung. Und das ist quasi unsere Kooperation, dass ihr das auch bekommt und dass ich eben hier auch solche Sachen mit euch machen darf. Okay, aber dazu nachher mehr. Lasst uns aber noch kurz vorher die Frage beantworten, warum eigentlich eine Kooperation? Und die Antwort hierauf dürfte fast schon klar sein. YouTube erlaubt gemäß einer Richtlinie nicht, dass ich euch Hacking Tutorials zeige. Und ja, ich arbeite natürlich an einer Lösung für die bestehenden Hacking Tutorials und die braucht gar nicht mehr so lange. Okay, bitte gebt mir da ein bisschen Zeit. Ich will da was Vernünftiges für euch auf die Beine stellen. Aber es geht nicht mehr lange, dann haben wir da eine Lösung für euch. Und bis dahin, beziehungsweise auch noch danach, wollen wir natürlich uns die CTFs als absolut valide Alternative angucken. Denn da kann man auch sehr viel bei lernen, wie man zum Beispiel da vorgeht und das Ganze vielleicht als gesamtes Werk betrachten. Okay, das heißt nicht mehr die einzelnen Parts sind relevant, sondern vielleicht das Vorgehen. Wie kann man eigentlich von A bis Z in so eine Maschine eindringen? Und hier ist eben genau so eine Kooperation sehr, sehr wertvoll, weil ich euch da eben eine Plattform zeigen kann und gleichzeitig eben auch solche Videos machen kann. Das bedeutet, ihr dürft mir gelegentlich zusehen, wie ich an solche CTFs rangehe, wie ich verzweifle vielleicht auch und wie ich sie hoffentlich auch zum Großteil meistere. Also das volle Paket Emotionen quasi. Und ja, schneiden werde ich das Ganze höchstwahrscheinlich nicht, beziehungsweise nur dann, wenn die Aufnahme irgendwie kaputt geht oder wenn irgendwie der Postbote klingelt oder sonst irgendwas ist. Das muss ich natürlich rausmachen. Aber generell werden diese Challenges relativ ungeschnitten sein, damit ihr auch ein volles Bild eben bekommt, wie ich da rangehen würde. Ganz kurz zur Häufigkeit noch. Da die Challenges wirklich sehr, sehr aufwendig sind, werden sie nicht so häufig kommen. Ich denke hier aktuell so an ungefähr einmal im Monat, aber das kann sich natürlich ändern. Und heute wollen wir mit was Einfachem anfangen, denn ich möchte euch alle mitnehmen hier auf diese CTF-Reise, dass ihr auch wirklich alle da mitmachen könnt. Denn wenn ihr hier auf die Webseite geht, dann seht ihr hier, okay, ihr könnt direkt anfangen mit Hacking und zwar in die jeweiligen Boxen. Das hier sind die Namen der jeweiligen Boxen. Das sind im Endeffekt die sogenannten Maschinen, von denen es übrigens über 200 Stück gibt. Allerdings, wenn ihr hier auf Join Now klickt, dann seht ihr hier, ups, selbst der Invite ist eine Challenge. Und ich weiß von vielen, dass sie hier Schwierigkeiten hatten, überhaupt reinzukommen. Denn ja, ganz ohne ist es tatsächlich nicht, so ein Invite-Code zu bekommen. Aber es ist offensichtlich machbar, ansonsten gäbe es nicht über 500.000 Mitglieder. Ja, ich darf euch allerdings leider nicht zeigen, wie das Ganze geht. Sorry dafür. Aber was ich euch zeigen darf ist, also natürlich, dass es hier einen Hint gibt und dass ihr eine Academy habt. Das heißt, es gibt eine Hacking-Box Academy, wo ihr auch einige Kurse bekommt. Und ja, das Ganze ist natürlich auf Englisch, aber ihr habt ja nicht für die Kurse auf Deutsch. Und wie gesagt, bald ist meine Plattform auch da. Dann habt ihr alle Kurse wieder schön säuberlich sortiert. Alles gut. Aber die Academy ist auch erstmal nur teilweise kostenlos. Aber eben mit diesem teilweise kostenlos schafft ihr es in Hack the Box rein. Das möchte ich euch kurz zeigen. Wenn ihr startet, dann bekommt ihr das Modul Intro to Academy. Okay. Und ihr bekommt nach dem Modul Intro to Academy 10 Cubes geschenkt. Das heißt, ihr bekommt am Ende 10 Cubes. Und mit diesen 10 Cubes könnt ihr wiederum ein weiteres Modul, beziehungsweise einen weiteren Path kaufen, der sich Cracking into Hack the Box nennt. Ja. Da könnt ihr einfach wirklich mal in das Modul reingehen. Ich zeige das euch mal ganz kurz. Und zwar hier Intro to Academy. Dann seht ihr hier, okay, es gibt verschiedene Module, Sektionen und so weiter und so fort. Ihr könnt da einfach quasi durchgehen. Und dann ist auch alles relativ gut sortiert und wird euch gezeigt und so weiter und so fort. Ich verlinke euch natürlich auch noch das Tutorial, das ihr braucht, um in Hack the Box reinzukommen. Von mir auf Deutsch. Das gibt es nämlich. Das ist absolut, das ist nicht direkt Hacking. Okay. Das ist was, was man immer mal wieder braucht. Und ja. Was ihr allerdings trotzdem bekommt, ist eben wie gesagt, diesen Path Cracking into Hack the Box. Und den könnt ihr euch mal angucken. Und zwar sehen wir hier, es gibt was zu Web Requests und zu JavaScript Deobfuscation. Das heißt, wir gehen hier mal auf Continue. Und ich habe jetzt hier schon mal ein paar Sachen gemacht. Also und zwar hier das HTTP Protokoll, HTTPS. Das haben wir alles auch schon bei mir auf dem Kanal gemacht. Das ist jetzt nichts Böses oder sowas. Und ja, ihr könnt hier tatsächlich mit Requests und Responses. Und das ist jetzt mal eine Lektion, die ich euch beispielhaft zeigen möchte. Könnt ihr hier tatsächlich mal euch erstmal alles durchlesen logischerweise. Und dann habt ihr hier auch die Möglichkeit. Und das ist ziemlich cool. Ihr habt die Möglichkeit, eine aktive Instanz von Parrot zu bekommen. Das heißt von Parrot, das ist ein Pentesting System, mit dem man hier zum Beispiel auch Dinge machen kann. Und diese Instanz ist direkt im Hack the Box Netzwerk. Das bedeutet, ihr könnt hier direkt damit interagieren, als wäre es eine virtuelle Maschine sozusagen. Sieht dann auch so aus. Und ihr könnt hier tatsächlich dann einfach eine Kommandozeile aufmachen. Ups, das war das Parrot Terminal. Also hier könnt ihr zum Beispiel jetzt zum Beispiel Ls ausführen. Dann habt ihr hier eben Desktop, Documents, Downloads, Postman, Templates und so weiter. Und habt dann eben hier die Möglichkeit zu sagen, okay, was genau möchte ich eigentlich tun? Das zweite ist, ihr könnt auch direkt die Target Systems eigentlich spawnen. Das bedeutet, ihr könnt hier tatsächlich einfach auf Spawning klicken. Und dann habt ihr hier eine IP-Adresse. Und die ist dann natürlich erreichbar für 90 Minuten in diesem Fall. Und dann können wir hier zum Beispiel hergehen. Und ich kann jetzt leider das Ganze glaube ich nicht auf Fullscreen machen. Ah, doch kann ich. Wunderschön. Ich dachte, das macht das Ganze in Fullscreen. Aber dann wäre es außerhalb meiner Aufnahme raus. Genau. Und ja, dann haben wir hier die Möglichkeit zum Beispiel Burp zu starten. Und da haben wir auch schon Burp. Das heißt, wir haben tatsächlich in einem Browserfenster eine Instanz von einem, ja, von zum Beispiel diesem System hier. Wir haben sogar PyCharm übrigens installiert, falls es euch interessiert. Wir haben hier übrigens auch die Möglichkeit dann einfach mal Firefox zu starten. Und hier dann eben zum Beispiel auf Burp umzuschalten als Proxy sozusagen. Das heißt auf Port 8080. Und damit können wir jetzt hier zum Beispiel, ähm, zum Beispiel gehen wir einfach mal auf Pirate Security. Und dann sehen wir hier auch schon in Burp, ähm, hier wir haben, äh, ja. Oder gehen wir einfach mal direkt auf unser Target-System. Das heißt, wir klicken hier mal rüber und kopieren uns das Ganze. Kopiert, einfach draufklicken und dann gehen wir hier einfach mal auf diese Adresse rein. Und übrigens, ihr könnt hier sogar rein Copy-Paste. Das funktioniert auch wunderbar. Und jetzt sehen wir hier, okay, ähm, Unser Proxy hat hier was mitgenommen. Das heißt, wir haben hier was intercepted. Wir haben quasi ein Paket aufgehalten, das uns hier ein Get-Request an, ähm, an die Tech-Portal oder sowas machen möchte. Machen wir jetzt hier einfach mal ein Forward. Und wenn ich das ein paar Mal mache, dann sehen wir hier hinten, okay, it works. Ja, ihr könnt das natürlich so oft machen, wie ihr wollt. Aber unter zum Beispiel eurer HTTP-History bekommt ihr natürlich alle, ähm, Anfragen, die hier gestellt wurden. Und ja, wir sehen hier tatsächlich, was angefragt wurde, nämlich die Datei success.txt, also txt. Okay, ähm, das bedeutet, ja, unser Request, unsere Method hierfür wurde, also welche HTTP-Method wurde jetzt hier benutzt während dem Intercepten. Naja, in dem Fall, ähm, wird das wahrscheinlich hier die Method, ähm, ich schätze mal wahrscheinlich Get sein. Das heißt, wir geben hier einfach mal ein Get ein und klicken hier auf Submit und dann haben wir hier einen Success. Wunderbar. So, den Rest von diesem Kurs würde ich tatsächlich mal euch überlassen. Das heißt, ihr kriegt das durchaus auch hin. Also, wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich auch gerne mal stellen. Und bei solchen Kursen darf man auch tatsächlich helfen und sich helfen lassen. Das ist kein Problem. Ich darf euch nur halt leider eben nicht sagen, wie ihr in die Academy, äh, beziehungsweise in Hack the Box an sich reinkommt. Aber, ich möchte, dass ihr es alle schafft und im Grunde, um noch mal kurz auf die Academy zurückzukommen, lasst mich kurz hier nachgucken, ähm, wenn ihr diese beiden Module gemacht habt, beziehungsweise einfach nur mal danach gegoogelt habt, was Web Requests sind und was JavaScript Deobfuscation eigentlich genau ist, mit dem Hint, den ihr noch bekommt am Anfang, kriegt ihr das durchaus auch hin. So, ich habe das jetzt gerade mal ganz kurz für euch gemacht und habe hier einen neuen Account generiert, mit dem wir jetzt hier auch natürlich die Videos machen wollen. Äh, ich habe jetzt hier nicht mal einen anderen Account genommen, weil, ja, ist so. Ähm, und zwar, ich habe keinen, also ich habe nicht mal ParrotOS dafür gebraucht. Wenn ihr wisst, was ihr tun wollt, dann könnt ihr das komplett mit einfach nur Webseiten erledigen. Es ist vielleicht nicht die feine Art, aber man kann es zumindest tun. So viel sei gesagt, ihr braucht keinen Kali Linux, ihr braucht generell nicht mal einen Linux dafür. Ihr könnt einfach wirklich Webseiten dazu benutzen. Um hier reinzukommen, also ein Invite-Code zu bekommen. Ähm, und ja, jetzt seht ihr hier erstmal, uff, das ist ganz schön überwältigend, ja. Ihr könnt hier erstmal anfangen mit dem Education-Bereich, wenn ihr das wollt. Ihr könnt aber auch tatsächlich hier mal mit den Labs anfangen und hier eure Skills mal, wie gesagt, testen. Und zwar gibt es hier Challenges, die habe ich am Anfang auch gemacht. Die sind relativ angenehm, es sind kleinere Häppchen als jetzt die Boxen, also als die Maschinen wirklich hier. Und die sind eigentlich ziemlich angenehm, so zu machen. Ähm, die kann man auch wunderbar machen. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier auch nichts gekauft oder sowas. Kann man einfach so reingehen. Die Maschinen, ihr habt Zugriff auf die aktiven Maschinen. Es gibt hier Release Arena, ja. Das heißt, ihr bekommt hier immer quasi die, äh, die neuesten Maschinen. Ähm, ihr könnt aber auch alle Maschinen erstmal angucken. Und manche davon sind eben halt auch Retired. Das bedeutet, ihr habt natürlich hier einige Maschinen, die unreleased sind. Die kommen erst noch raus. Das ist eben das hier. Ähm, hier seht ihr auch, wann das ganze Ding rauskommt, weil es ja da immer einen kleinen Wettkampf gibt, wer als erstes da reinkommt. Und, ähm, hier seht ihr dann auch, was dafür quasi entfernt wird. Also welche Maschine danach nicht mehr verfügbar ist. Das heißt, Passage wäre danach eben eine Maschine, die ich euch vorstellen könnte. Aber es gibt sau viele, wie gesagt. Und ja, das überlasse ich dann auch ein bisschen euch. Vielleicht machen wir auch einfach immer mal wieder so eine Abstimmung. So, also wir sehen hier zum Beispiel die aktiven Maschinen. Hier haben wir zum Beispiel Passage, äh, Crossfit. Dann haben wir Real 2 und so weiter und so fort. Also wir haben hier einen ganzen, ganzen Haufen aktive Maschinen. Und wir haben Retired Machines, die eben hier aktuell für mich nicht verfügbar sind, weil ich hier eben, ähm, ja, nur ein Free-User bin, sage ich jetzt mal. Ja, aber die aktiven Maschinen sind sowieso eigentlich das, was ihr wahrscheinlich eher machen wollt. Also hier seht ihr auch, wie die Difficulty von den Usern gewertet wurde. Und wie die Maschine an sich geratet wurde. Also die hier war zum Beispiel, Crossfit ist scheinbar echt ordentlich hart gewesen. Ähm, aber es gibt eine Maschine, die wirklich extrem hart sein sollte, glaube ich. Ähm, mal gucken, ob ich die irgendwo finde. Ich weiß gerade den, den Namen habe ich sogar, glaube ich, ungefähr im Kopf. Aber, ja, egal. Auf jeden Fall habt ihr hier, äh, sehr, sehr viel, was ihr machen könnt. Probiert euch da einfach mal kurz durch. Und, ja, wenn ihr Retired Machines haben wollt, beziehungsweise auch mehr Zugriff auf die normalen Maschinen, weil im Endeffekt, es gibt zwei Module. Es gibt einmal Free und es gibt einmal VIP, okay. Und ihr habt aktive Maschinen, die können beide machen. Challenges können auch beide machen. Aber eben, wie gesagt, die Retired Machines, also die, die ich euch vorstellen darf, die kriegt man nur als VIP. Genauso wie Walkthroughs kriegt man auch nur als VIP. Wobei ich natürlich für euch die Walkthroughs mache. Das darf ich. Das habe ich abgeklärt. Deswegen die Kooperation. Ähm, Technical Support kriegen wieder beide. Und was sehr interessant ist, Limited Users per Server. Denn ihr habt hier tatsächlich in Hack the Box immer mehrere Leute, die gerade an einer Maschine arbeiten. Und es kann manchmal vorkommen, dass jemand eine Maschine zerstört. Und ihr sie dann eigentlich nicht hacken könnt, obwohl ihr es eigentlich richtig gemacht habt. Weil eben jemand anders gerade dabei ist. Und dafür gibt es eben auch diese VIPs. Ähm, die haben dann eben weniger Leute auf dem Server. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand das Ding zerstört, ist deutlich, deutlich geringer. Und das ist halt relativ angenehm. Ja, ähm, in dem Sinne will ich euch natürlich auch hier was ermöglichen. Und dafür eben auch die Kooperation. Und zwar, ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, mehrere VIPs zu bekommen. Also einfach so geschenkt zu bekommen. Gutschein-Codes sozusagen von Hack the Box persönlich. Und zwar, was ihr dafür tun müsst, ist jetzt einmal unten in den Kommentaren. Dort habe ich einen Kommentar geschrieben, wo ihr quasi auch dran kommentieren dürft. Ihr dürft meinen Kommentar kommentieren. Ja, und, ähm, das steht da auch nochmal dabei. Keine Sorge. Und dort müsst ihr euren Usernamen eintragen. Das heißt, den Namen hier oben. Zum Beispiel Morpheus Tut. Ja, das ist euer Benutzername. Den dürft ihr mir einmal in dieses Kommentar als Kommentar schreiben. Und dann kriegt ihr nicht nur VIP eventuell. Also ihr kriegt dann eine Nachricht hier auf Hack the Box. Und, ähm, die wird euch dann von Hack the Box auch tatsächlich selber geschrieben. Also von den Leuten dort, mit denen ich auch geredet habe und so. Und ihr bekommt dann einen Gutschein-Code. Und zwar nicht nur für VIP, sondern für VIP Plus. Und zwar für drei Monate VIP Plus. Wenn ihr Glück habt natürlich. Das ist eine Verlosung. Deswegen, äh, eure Chancen sind, je nachdem wie viele Leute hier eben drunter kommentieren. Das kann ich so noch nicht vorher sagen. Und zwar für drei Monate kriegt ihr hier eben VIP Plus. Das heißt, ihr habt hier eben die Pornboxes eben unlimited. Und ihr habt wirklich persönlich, also nur ihr greift gerade in diesem Moment auf die Instanz zu, die ihr angreifen wollt. Das ist schon sehr bequem und kann euch wirklich helfen. Ja, und in dem Sinne, ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Schreibt mir gerne mal. Und was wir jetzt auch machen, ist folgendes. Die Leute, die Hack the Box vielleicht schon kennen. Die Leute, die die ganzen Maschinen hier schon kennen. Ihr dürft mir jetzt einmal ganz kurz hier unter den Retired Machines eine Maschine rauspicken, die von der Difficulty zumindest eher leicht ist, weil ich die Leute auch am Anfang abholen möchte. Und nicht extrem schwer ist, aber die ihr gerne sehen wollt. Ihr dürft mir da mal euren Favoriten rausschreiben. Und derjenige, der am meisten Kommentar-Upvotes hat, dessen Maschine werde ich dann im besten Fall auch übernehmen, falls ich seinen Kommentar finde, wenn es nicht allzu viele wären. Bitte überwältigt mich nicht mit. Oder doch, überwältigt mich, bitte. Aber ja, in dem Sinne war es das von meiner Seite. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei der ersten Maschine wieder. Bis dann. Ciao.